Bei uns ist gleich und manchmal viel zu schnell vorbei Sag, wie läuft denn dieser Job? Ich hab da gar keine Vermutung Mal zuerst, das ist kein Job, sondern viel meine berufen Das ist kein Job mit ner Maschine und von vielen unterschätzt Unsere Arbeit geht um Menschen mit Gefühlen und im Herz tut das Gespräch Hartmann, viele haben die Hoffnung verloren, wollen reden und für sie bist du das offene Ort Du bist ein Mutmacher, guter Freund, das erste am Tag Was die Bewohner sehen, für viele hier die helfende Hand Und das schönste, was es gibt an einem stressigen Tag Ist ein lächelnder Bewohner, der sich herzlich bedankt Ich bin mit Herz bei meiner Sache und wer sagt, der Text trifft auf die zu Ist genau richtig hier im K&S Denn wir sind ein Team, also kommen in unser Team K&S K&S Vielleicht bekommen wir dieses K&S auch mal gemeinsam hin beim nächsten Mal Versuchen wir mal, haben paar Anläufe Zeit Passt auf, jetzt! Versucht mal! K&S Ich hab alles, was ich brauch in der Seniorenresidenz Hab ich Fragen neben die Schwestern und die Pfleger sich die Zeit, um mir die Dinge zu erklären Die ich einfach noch nicht weiß Aus Kollegen wurden Freunde, alles in nem gleichen Boot Ich weiß nicht, was ich da sagen soll, ich fühl mich einfach wohl Von den Pflegekräften, über Pflegehelfer bis Verweisung von Betreuungskräften Die sich auch noch kümmern um Gestaltung bis zum Küchentheel Den Ergotherapeuten und der Haustechnik Über unsere Hauswirtschaft kennt jeder jeden auswendig Von Azubis bis zur Chefetage Mann für Mann, jeder hält zusammen dieses Ganze ausgetankt in Hand Und das schönste, was es gibt an einem Arbeitstag Ist, dass man trotz manchen Stress immer noch viel lachen kann Ich bin mit Herz bei meiner Sache und wer sagt, der Text trifft auf ihn zu Es geht auch richtig hier im K&S Jetzt schaffen wir's am Ende mal Ich will nur dieses S von euch hören am Ende Passt auf K&S K&S Hört langsam Ein Team Kaum in unser Team Jetzt kommt noch ein Anlauf Yes K&S Hier im Internet, so einige schon durchgelesen Da steht ihr wertester Arbeitgeber im Gesundheitswesen Ja, das ist korrekt, das ist ein great place to work Dann erzähl doch mal, was zu euren Aktionen gehört Wir sind Familienunternehmen und das merkt man fast an allen Tagen Denn damit man Spaß am Job hat, muss ein Team zusammenhalten Bei einem Mitarbeiterfrüchte kommt man gut ins Reden So werden noch viel ein Team Freunde sein, statt nur Kollegen Doch das alles rutscht im Hintergrund Denn die Bewohner bilden Mitgefühlen, Wünschen, Anliegen, den Mittelpunkt Unser Slogan lautet Gut, betreut Leben, mein Fest zu feiern Soll für den Bewohner ein Erlebnis sein An das er sich noch gerne erinnert